Herzlich willkommen beim ambulanten Pflegedienst MediArt. Ob Grundpflege, medizinische Versorgung, Betreuungsleistung, Haushaltshilfe, Einkaufen, Arztbesuche sowie Verhinderungspflege. MediArt ist Ihr zuverlässiger Pflegeprofi in Dortmund. Nach dem Motto, unser Anliegen ist Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Die hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes helfen Ihnen kompetent und einfühlsam bei der Bewältigung des Alltags. Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar. Darüber hinaus unterstützt Sie MediArt bei Anträgen an Kranken- und Pflegekassen und vermittelt zahlreiche Sachdienste. MediArt hat eine Zulassung und einen Versorgungsvertrag mit allen Kranken- und Pflegekassen. Demnächst sind wir auch in unserem Sanitätshaus MediArt für Sie da. In einem ausführlichen, kostenfreien Erstgespräch berät Sie gerne persönlich die Inhaberin und Pflegedienstleitung Maria Tricot sowie unsere stellvertretende Pflegedienstleitung Sabine Salvado-Dias. MediArt Pflegedienst in Dortmund. Die Kunst zu pflegen.